Sag mal, welchen findest du gut? Den? Den? Baba Anne? Äh, Mustafa. Wie viel verdient er im Monat? Mustafa. Aha. Okay. Und der würde sich auch treffen wollen. Bouloushmac. Bouloushmac ist ja. Treffen. Ja. Und hat er auch einen Bruder? Wie heißt denn der? Okay. Ja. Doris, kommst du mal bitte? Echt? Was ist denn mit Costa? Er ist ein Flegel und ein Chaot und er wollte lieber mit mir schlafen, als mich zu heiraten. Ach und jetzt willst du irgendwen heiraten? Ja. Es ist Zeit, dass etwas Struktur in mein Leben kommt. Du willst Struktur? Ja. Ich will endlich wissen, wie viele Kinder anstehen. Ich will, dass mir jemand sagt, was er zu Mittag essen will. Und ich will einen Haushalt und alles, was eine gute Frau braucht, um glücklich zu werden. Aber das könnt ihr ja gar nicht verstehen. Denn ihr sucht euer Glück im Egoismus. Aber eine gute Muslime sucht ihr Glück in der Verantwortung für ihre Familie. Ciao. ART